Fahrzeugbau-Kämpf bedeutet Fahrzeugbau aus Leidenschaft. Der Westerwald ist unsere Heimat und Quelle der Inspiration. Wir lieben die Herausforderung. Wenn es mal eng wird, sind wir an Ihrer Seite. Wir bauen Fahrzeuge nach Maß. Wir transportieren Ihre Güter. Der Kunde sucht hier eine Speziallösung, mit der die Mulde schnell vor Ort gereinigt werden kann, um unterschiedliche Güter nacheinander laden zu können. Unsere Entwicklungsabteilung plant nun Ihre individuelle Lösung. Der Werkzeugkoffer wird hier durch einen Wassertank ersetzt. Jedes Fahrzeug bedeutet bei uns Losgröße 1. Von der Idee bis zu einem echten Kempf ist es ein langer Weg. Seit 1950 fertigt Kempf individuelle Fahrzeugkonzepte. Mit seinem handwerklichen Geschick und großem Ideenreichtum setzt der Walter Kempf den Baustein für die Zukunft. Heute produzieren wir mit modernster Technik. Doch wo die Automatisierung dem Produkt die Seele stiehlt, setzen wir auf unsere Mitarbeiter. Mit Herz und Verstand bauen wir Ihr Fahrzeug und achten auch auf die kleinen Dinge. Denn Qualität ist das Produkt der Liebe zum Detail. Eben made in Germany. Am Ende des Weges steht ein echter Kempf. Gebaut aus hochwertigen Materialien. Produziert mit modernster Technik. Für geringes Eigengewicht und hohe Nutzlast. Mit langer Lebensdauer und hohem Wiederverkaufswert. Ihr persönlicher Kempf. Unsere Sonderlösungen erhöhen Ihre Wirtschaftlichkeit. Nach dem Abladen des Salzes kann jetzt die Mulde einfach vor Ort gereinigt werden, um direkt danach Getreide zu laden. Gute und leichte Bedienung durch intelligente Detaillösungen. Das ist Effizienz. Das ist ein Fahrzeug nach Maß. Auch nach der Auslieferung ist unser Service immer für Sie da. Engpässe können Sie einfach mit unserer Fahrzeugvermietung kompensieren. Und wenn es mal kracht, biegt es unser Reparaturservice wieder hin. Für alle Marken. Bei uns stehen nicht nur das Fahrzeug und der Kunde im Mittelpunkt, sondern auch alle Mitarbeiter. Nur wer sich wohlfühlt, kann mehr Qualität als andere erbringen. Wir alle zusammen sind Kempf Fahrzeugbau. Ein bisschen höher. Mit Mählern. Ganz schön. Baf! Abenteuer! Gute. Gute! Gute. Gute! Vielen Dank.